Ja, unter dem Begriff Nachhaltigkeit kann man sich ja zunächst einmal ganz viel vorstellen. Das kommt ja aus dem Bereich der Forstwirtschaft, dass man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Und dieses Prinzip der Nachhaltigkeit, das übertrage ich in unterschiedliche Lebensbereiche. Und ein großer Lebensbereich ist natürlich der Bereich der Unternehmenskultur. Und da geht es vor allem darum, wie kann man nachhaltigen Unternehmenserfolg erreichen. Ja, meine Geschichte sieht so aus, dass ich groß geworden bin auf dem Bauernhof. Habe da natürlich sehr viel gearbeitet, habe so Werte wie Disziplin sehr gut kennengelernt. Durfte im Anschluss auch noch beim Bund diese Disziplin etwas ausarbeiten. Ich war da nur Grundverdienstleistender und habe mich dann dafür entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Mein Wesen ist es tatsächlich, dass sich sehr viele Sachen sehr gerne interessiert. Und ich tatsächlich auch in der Folge, ich war dann beim Daimler mal eine Zeit Qualitätsingenieur, für mich festgestellt habe, dass die Art und Weise, wie wir uns verhalten, die Art und Weise, wie wir konsumieren, nur wenig nachhaltig ist. Und habe mich deswegen dafür entschieden, auch noch nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft zu studieren. Und war die letzten zwölf Jahre jetzt in der Energiebranche tätig. Habe die Energiewende mit begleitet. Durfte in Deutschland den ersten Elektrokessel bauen, der Überschussstrom verwendet, um daraus Wärme zu produzieren. Und habe mich im Jahr 2019 dafür entschieden, dass ich das Prinzip der Nachhaltigkeit in unterschiedliche Lebensbereiche auf der Bühne praktisch umsetzen möchte. Und bin jetzt seit Juli 2020 nur noch Vortragsredner für das Thema Nachhaltigkeit. Die Stadtwerkezeit habe ich jetzt beendet und mache damit Menschen und Unternehmen nachhaltig erfolgreich. Ja, also drei Thesen zum Thema nachhaltiger Unternehmenserfolg sind in meinen Augen, dass man zunächst einmal eine Vision braucht. Um wirklich nachhaltig Menschen zu führen und Menschen zu begeistern, ist es in meinen Augen unabdingbar, dass man eine Vision hat. Helmut Schmidt hat zwar vor Jahrzehnten gesagt, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen. Aber ich bin gegenteiliger Meinung. Und zwar deswegen, weil wir Visionen als Menschen brauchen, um motiviert Zwischenziele zu erreichen, um motiviert auch wirklich Ziele zu formulieren und dann voller Motivation zu arbeiten. Das wäre eine These. Dann ist es in meinen Augen ganz wichtig, dass wir wandlungsfähig bleiben. Also als Unternehmen ist es ja extrem schwierig, natürlich zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Deswegen ist es in meinen Augen so wichtig, sich immer wieder den Herausforderungen zu stellen und sich anzupassen. Und Charles Darwin hat schon gesagt, dass natürlich vor allem die Spezies am besten überlebt, die am besten sich der Umgebung anpasst. Und das ist in Unternehmen in meinen Augen genau das Gleiche. Apple erfindet sich immer wieder neu. Apple überlegt sich immer wieder neu, wie kann ich die Kunden begeistern? Wie schaffe ich es tatsächlich, aufs nächste Level zu kommen? Ist in meinen Augen auch sehr wichtig. Und eine dritte These, die mir jetzt gerade einfällt, ist das Thema Qualität. Also ich bin ja auch Qualitätsmanager gewesen und kenne daher sehr gut die Arten, wie man Qualität messen kann und wie aber auch Qualität den Kunden begeistert. Und in dem Augenblick, wo ich ein Produkt schaffe, wo der Kunde davon begeistert ist, dieses Produkt zu besitzen, das schafft Apple auch auf eine tolle Art und Weise. Da gibt es aber auch andere Unternehmen, wie darf ich auch Mercedes mal nennen, die das auch hervorragend hinbekommen, ihren Kunden zu begeistern mit einer Qualität, die lange anhält. Und man dann aber auch tatsächlich ressourcenschonend unterwegs ist, weil man es hinbekommt, dass man mit einem Auto, vielleicht auch mit einem Handy, mit einem PC ganz lange auskommt und man in der Lage ist, den über Jahrzehnte zu benutzen. Ja, meine Vision sieht tatsächlich dahingehend aus, dass wir alle nachhaltiger in unserem Bewusstsein werden. Dieses Thema Bewusstsein ist ja etwas, was man nicht so richtig fassen kann. Also es gibt zwar spirituelle Überlegungen, so weich formuliert, spirituelle Meinungen, dass wir alle ja tatsächlich Bewusstsein am Ende sind und wir ja nur einen Körper haben, einen Geist haben und auch nur Gefühle haben. Und das ist genau das, wo ich ran möchte, dass wir tatsächlich unser Selbst wieder bewusst werden. Und in dem Augenblick, wo wir erkennen, dass wir vielleicht gar nicht jedes Jahr ein neues Handy brauchen, weil wir es gerade hatten, dass wir vielleicht gar nicht diesen Konsum an sich brauchen, dass wir vielleicht auch nicht jedes Jahr in Urlaub fliegen müssen, sondern dass wir uns unserer selbst bewusst werden. Und in dem Augenblick, wo wir zum Beispiel einer Arbeit nachgehen, die unseren Werten entspricht, wir jeden Tag glücklich aus dem Bett springen, uns gar nicht mehr erwarten können, zur Arbeit zu kommen. In dem Augenblick brauchen wir, glaube ich, auch ganz viele andere Dinge nicht mehr, die wir im Augenblick noch verwenden und die in meinen Augen die natürlichen Lebensgrundlagen im Augenblick sehr gefährden. Ja, von mir kann man profitieren, indem man mich im einfachsten Fall zu einem Vortrag bucht. Ich halte Vorträge gerne in Unternehmen, da geht es viel um die Themen, wie kann man nachhaltigen Unternehmenserfolg hinbekommen, was sind die Grundparameter dafür, wie dürfen wir uns immer wieder anpassen, um nachfristig, langfristig, nachhaltig auch gut zu performen. Und dann gibt es bei mir auch die Möglichkeit, dass man auch als, ich sage mal, normaler Mensch von mir profitieren kann. Ich habe einen Online-Kurs. In diesem Online-Kurs verrate ich zwölf Geheimnisse für nachhaltigen Erfolg. Und da geht es um ganz unterschiedliche Lebensbereiche, wie zum Beispiel die privaten Finanzen. Es geht um die Gesundheit, es geht um das Thema Mindset, es geht um Konsum, es geht um Ernährung. Also ganz unterschiedliche Bereiche, wo ich das Prinzip der Nachhaltigkeit integriere und dadurch Menschen und davor auch Unternehmen natürlich nachhaltig erfolgreich.